Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die aktuellen Pläne der Regierung das Bargeld weiter einzuschränken. So plant man derzeit unter anderem ein komplettes Bargeldverbot beim Kauf von Immobilien. Wer jetzt denkt das interessiert mich alles nicht, weil ich sowieso keine Immobilie mit Bargeld kaufe, der irrt sich gewaltig. Denn der Gesetzesentwurf enthält noch weit mehr als nur das. Ebenfalls wollen wir uns in diesem Zusammenhang anhören, was der bekannte Autor Ernst Wolf zur generellen Bargeldabschaffung sagt. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen Ernst Wolf traf und was die Regierung im Detail tatsächlich plant, dann bleibt unbedingt dran. Die deutsche Bundesregierung beschließt weitere Wege in Richtung Bargeldverbot. Im Zuge des sogenannten Sanktionsdurchsetzungsgesetz II sollen ab Ende diesen Jahres Immobilien nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden dürfen. Bargeld muss zunächst vom Käufer auf ein Bankkonto eingezahlt werden, um die Kaufpreisforderung damit wirksam erfüllen zu können. Notare sollen das Barzahlungsverbot überwachen und Verstöße melden müssen, hieß es in dem Schreiben welches vom Finanz- und Wirtschaftsministerium veröffentlicht wurde. Das Gesetz welches noch im Oktober vom Kabinett beschlossen werden soll, läuft wieder einmal unter dem Deckmantel der Geldwäscheprävention, so sollen anonyme Transaktionen in Zukunft verhindert werden. Ein Ziel sei es zudem, dass mit dem neuen Gesetz Sanktionen gegen russische Oligarchen besser durchgesetzt werden können. Dennoch sollte man nicht unterschätzen, dass sich die Bargeldabschaffung aktuell hierzulande stark beschleunigt. Denn dass die Ampel auch ohne den Ukraine-Krieg mögliche Gründe für ein Bargeldverbot beim Immobilienkauf gefunden hätte, wird kaum noch einer bezweifeln. Denn schon Ende 2021 kündigte Finanzminister Christian Lindner an, dass der Kauf von Immobilien mit Bargeld verboten wird. Also der Plan Bargeldzahlungen einzuschränken, existiert schon wesentlich länger. Wenn es nicht der Ukraine-Krieg gewesen wäre, dann wäre es der Kampf gegen den Terror oder Sonstiges gewesen. Wie wir alle mittlerweile wissen, lässt sich unter dem Deckmantel, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht einschränken. Denn egal welches Recht man besitzt, es wird immer Menschen geben, die es missbrauchen. Soll man dafür nun jeden Bürger in seiner Freiheit beschneiden und einschränken, oder sollte man vielleicht doch lieber konsequent gegen Kriminelle vorgehen? Es ist eine Unart, alles verbieten zu wollen, was einem selbst nicht gefällt. Alle Verbote der Welt schaffen am Ende keine Sicherheit, denn es sind nur wirtschaftliche und freiheitliche Werte, die Wohlstand und mehr Sicherheit schaffen, und dazu gehören weder übertriebene Vorschriften, noch Gängelungen oder Zensur. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichteten dazu folgendes. Zitat. FDP-Chef Lindner will in den nächsten Jahren die Durchsetzung von Sanktionen unter einem Dach bündeln mit der Bekämpfung von Geldwäsche, die in Deutschland als weitgehend wirkungslos gilt. Regierungsvertreter räumen ein, dass bei der Durchsetzung von Sanktionen vor allem bei Immobilien in den rund 400 Grundbüchern oft nicht klar wird, welche Personen am Ende von dem Eigentum profitieren. Vor allem verschachtelte Firmenkonstruktionen erschweren den Überblick. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Das sah Olaf Scholz im Oktober 2019, damals noch Finanzminister, scheinbar ganz anders. Denn damals sah er darin keine Probleme, wenn Käufer ihre Immobilien mit Bargeld bezahlen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete in 2019 dazu wie folgt. Zitat. Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz kann an diesem Vorgang seltsamerweise wenig Anrüchiges finden. Konfrontiert mit der Frage, warum der Immobilienkauf in Bar nicht endlich verboten wird, antwortete Scholz, Bargeld sei eben beliebt, und zwar zu Recht. Es reiche, dass Immobilienmakler verdächtige Bargeldtransaktionen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit melden müssten. Zitat Ende. Darüber hinaus soll das Gesetz der Regierung noch etwas ganz anderes ermöglichen. Tatsächlich soll hierfür die Basis geschaffen werden, dass Behörden über das Transparenzregister, Immobilien von Personen, Unternehmen, juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften einsehen können. Nach aktuellen Meldungen sollen von den Behörden aber nur eingeschränkte Angaben zu den Eigentümern und Flurstücken einsehbar sein. Eine gemeinsame Datenbank der Länder wird es dann in einigen Jahren geben, denn dann sollen mehr als 400 Grundbücher hierzulande vernetzt werden, so die Pläne aus dem Finanz- und Wirtschaftsministerium. Und auch die EU-Kommission treibt im Hintergrund ihre Pläne zu einem europäischen Vermögensregister weiter voran. Erst im vergangenen Jahr wurden die umstrittenen Pläne so richtig bekannt, als offiziell die Ausschreibung zur Machbarkeitsstudie für ein solches Register veröffentlicht wurde. Ebenfalls mit der Begründung gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorzugehen, sollen auch neue Schritte untersucht werden, um jeglichen Besitz als auch sämtlichen Geldtransfer der Bevölkerung ausnahmslos nachzuverfolgen. Schaut man sich die aktuelle Situation genauer an, sieht man ganz deutlich, dass immer weitere Schritte gegen das Bargeld unternommen werden und wir uns an einem entscheidenden Punkt befinden. Immerhin arbeitet auch die EZB fleißig am digitalen Euro. Den Link von unserem detaillierten Podcast dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In Schweden soll beispielsweise bis 2030 das gesamte Bargeld abgeschafft werden. Laut worldtimes-online.de scheint die schwedische Bevölkerung einer Bargeldabschaffung aufgeschlossener zu sein. Und auch der internationale Währungsfonds setzt sich für eine Abschaffung des Bargelds ein und stellte auf seinem Blog die Vorteile eines bargeldlosen Systems für die Banken wie folgt dar. Zitat In einer bargeldlosen Welt gäbe es keine Untergrenze für die Zinssätze. Eine Zentralbank könnte den Leitzins von beispielsweise 2% auf minus 4% senken, um einer schweren Rezession entgegenzuwirken. Die Zinssenkung würde auf Bankeinlagen, Kredite und Anleihen übertragen. Ohne Bargeld müssten die Einleger den negativen Zinssatz zahlen, um ihr Geld bei der Bank zu behalten, was den Konsum und die Investition attraktiver machen würde. Dies würde die Kreditvergabe erschüttern, die Nachfrage und die Wirtschaft ankurbeln. Wenn jedoch Bargeld verfügbar ist, wird es unmöglich die Zinssätze erheblich in den negativen Bereich zu senken. Zitat Ende Wir verlinken euch den Blog-Eintrag in der Videobeschreibung. Ebenfalls bestünde auch die Möglichkeit neue Steuern oder zusätzliche Gebühren ohne Gegenwehr durchzusetzen. Besonders schockierend in diesem Zusammenhang ist, dass jede einzelne Transaktion und Zahlung für Banken sowie den Staat einsehbar und kontrollierbar sind und wir immer mehr zum gläsernen Bürger werden. Rein theoretisch könnte uns jederzeit der Zugriff zum eigenen Geld gesperrt werden und der Staat hätte weitere Möglichkeiten Sanktionen zu beschließen. Neben der Überwachung jedes Einzelnen könnte eine rein bargeldlose Zahlung vor allem ärmere Menschen härter treffen. Denn gerade wenn beispielsweise für jede Transaktion eine Gebühr erhoben wird, kann es sehr teuer werden. Und besonders Menschen mit geringem Einkommen tätigen meist mehrere kleine Transaktionen. Auch der Journalist Ernst Wolf hält eine Abschaffung des Bargelds für sehr wahrscheinlich. In einem Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten schrieb er bereits im Oktober 2020 folgendes. Zitat. Wie aber könnte das Spiel anschließend weitergehen? Die Antwort lautet, mit digitalen Zentralbankgeld. Seine flächendeckende Einführung könnte angesichts rapide schwindender Kaufkraft vor allem der unteren Einkommensschichten sogar als sozialer Akt verkauft werden und würde daher vermutlich auf ähnlich hohe Akzeptanz treffen wie der vermeintliche Lottogewinn in Shenzhen. Zugleich könnte man die Geldströme in einer Weise beeinflussen die bisher nicht möglich war. Digitales Zentralbankgeld könnte wie jetzt in China nur eine begrenzte Zeit gültig an bestimmte soziale Verhaltensformen gebunden oder auch nur zu bestimmten Zwecken einsetzbar sein. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel von Ernst Wolf in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Bis wann wird Bargeld komplett verboten sein? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020